Schwäßmauke, Schweißfüße, ja, das ist, wenn man zur enge Show an hat und die Socke nicht regelmäßig wechselt, da kriegt man Schwäß, das ist nicht angenehm. Und wenn dann so die Show aussteht und da qualmet das aus der Mauer, Mauke raus, dann rutscht ein Idiot in der Boot. Schwäßfüße, da muss man die Füße wäsch, sonst ist das unangenehm. Schwäßfüße, das ist so ein Symptom, eine Erscheinung, sagen wir, in der Pubertät. Wenn das Ganze erst mit den Hormonen in Yang geht, dann ist das mit der Schwäßfüße ähnlich.